Friedrich Ludwig von Hohensollern-Hechingen war Fürst von Hohensollern-Hechingen. Friedrich Ludwigs Vater war Friedrich Wilhelm Fürst zu Hohensollern, seine Mutter Maria Leopoldine Ludovica Griffin von Sinsendorf. Seine Kinder- und Jugendjahre verbrachte er in Hechingen im elterlichen Renaissance-Schloss. Nach seiner Ausbildung beim Militär wurde Friedrich Ludwig leidenschaftlicher Soldat und Jäger. Er war kaiserlicher Generalfeldmarschall und Oberkommandierender der österreichischen Truppen am Oberrhein. Unter Prinzzeugen kämpfte er im venezianisch-österreichischen Türkenkrieg und gegen die aufständischen Ungarn. 1730 übernahm er von seinem Vater die Regierungsgeschäfte im kleinen Fürstentum Hohensollern-Hechingen. Derart an die Region gebunden, veranlasste seine Begeisterung für die Jagd den Bau eines Jagd- und Lustschlosses. Und das trotz einer misslichen finanziellen Lage. Er ließ von 1739 bis 1741 außerhalb drei Kilometer westlich von Hechingen das architektonisch herausragende Schloss Lindig erbauen. Lindig wurde nach seiner Fertigstellung auch fürstliche Sommerresidenz. Auch ließ er das Jagdschloss Friedrichsdal südöstlich von Boll errichten. Auch durch diese finanziellen Belastungen nahm der Druck auf die Bevölkerung zu und die Auseinandersetzungen mit den Untertanen verschärften sich. Am 4. Juni 1750 starb Friedrich Ludwig unverheiratet und ohne Nachkommen auf Schloss Lindig. Sein Nachfolger wurde sein Vetter Josef Friedrich Wilhelm. Sein Nachfolger wurde sein Vetter Josef Friedrich Wilhelm.